Also ich finde, Geigespielen an sich ist eigentlich recht schwer, aber macht trotzdem Spaß. Und ich bin ganz froh, dass ich das machen kann. Die Aktion Rückenwind hat zum Ziel, einkommensschwache Familien und deren Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Die Kinder kriegen das Gefühl, ich bin dabei, ich kann was, meine Fähigkeiten sind wichtig. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalos viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7-7, 1000 Euro fallen auf die 1-7-7-7, 10.000 Euro auf die 8-5-8-7-8, 100.000 Euro auf die 3-7-5-3-3-8 und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 7-5-6-5-0-7-4. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Spielen Sie mit und helfen Sie mit den Endziffern.